Und nun wieder eine Reihe von VAB Klebebändern für besondere Oberflächen und zwar diesmal das VAB LSE für unsere Kunst- und Verbundwerkstoffe. Diese Produktserie ist eine neue Entwicklung von uns und hilft quasi die Oberflächenvorbehandlung mit schädlichen Haftvermittlern oder Primern auch genannt, die für den Anwender und für die Umwelt nicht besonders toll sind, einzusparen und somit wirklich auch einen riesigen Zeit, Kosten und Prozessaufwand hinfällig zu machen. Hier habe ich heute mitgebracht die drei Kurzrollen, die es auf den verschiedensten Plattformen auch natürlich zu beziehen gibt oder die natürlich auch optimal ist, um das Produkt mal auszutesten. Das Produkt gibt es in drei verschiedenen Stärken. Einmal das LSE 060 WF. LSE steht für Low Surface Energy, das heißt Niederenergetische Oberflächen. 060 ist die Dicke, sprich 0,6 mm. W für Weiß und F für Folienschutzabdeckung, sprich die rote 3M-Folie, die man hier drauf sehen kann. Dafür steht das F. Die 110er Version ist die 1,1 mm Stärke und die 160er ist die 1,6 mm Stärke. Hier in dem Fall natürlich in einer handlichen 3-Meter-Rolle in einem Karton verpackt, sodass wirklich auch für kleinere Prototypen das Produkt wunderbar geeignet werden kann. Besonderheit neben der hinfälligen Oberflächenvorhaberhandlung ist auch, dass diese Produkte auf einer frostfreien Oberfläche von bis zu 0 Grad angewendet werden können. Das heißt auch auf kalten Baustellen können die Produkte schon angewandt werden, was sehr, sehr besonders ist.